Hast du Informationen für mich? Eine neue Kategorie Ziele. Die Liste der meistgesuchten. Die gefährlichsten Monster unter den Separatisten. Es geht um grausame Kriegsverbrechen. JSOC will, dass sie bei Kontakt an Ort und Stelle beseitigt werden. Was ist mit dem ICC? Das ist der amerikanische Sinn von Gerechtigkeit. Erst schießen und dann Fragen stellen. Nun ja, ich weiß schon, was die Separatisten anrichten, also hab ich keine Fragen. Folter und Tötung von Kriegsgefangenen, Vergewaltigung und Verbrennung von Zivilisten. Schrecklich. Das erste Ziel auf der Liste der meistgesuchten ist Ivan Khrushchev. Ivan Khrushchev, ja. Die Rodge-Löwen sagten, ich könnte ihn in der Siedlung finden. Die neuen Informationen lassen erkennen, dass er seinen Aufenthaltsort innerhalb des Komplexes wechselt. Er ist zutiefst paranoid und lässt sich immer von einem schweren Trupp eskortieren. Treib dich nicht herum. Schnell rein und wieder raus. Verursache so viel Schaden wie möglich und komm zurück. Mach ich. Ende. Ja, moin. Wir sind wieder zurück bis 9.3. Ghost Warrior. Ghost Warrior. Oh, je, je, je. Rechts abbiegen. Nein. Ja, mein Fahrstil wieder. Ja, mein Fahrstil wieder. Halt, ich sehe hier. Jetzt habe ich das Fragezeichen. Hier haben wir den Lastwagen zurückgebracht. Ist das nur der Punkt? Hm, jem, jem, jem. Sieht so aus. Hier ist es nicht. Noch einmal ein Fragezeichen. Ich hoffe mal, es gibt da keine Alligatoren. Ich habe die Gefangenen, die Geiselbefreiung. Drei Stück. Perfekt. Der Ton ist nicht besetzbar. 46 Meter. Natürlich nicht clever, wenn alle zusammenstehen, aber egal. Ich hätte sie mit einem Stein weglocken können. Jetzt weicht er mir aus. Der Letzte hat mich mit der Maschinenpistole oder mit dem Sturmgewehr. Scheisse. So. Schön über dem Kopf vorgeiselt. Oh Gott. Das war's dann wohl. Heute komme ich in die Hölle. Danke. Könnten Sie nur über die ganze Hände fest? Mir so leid. Oh, habe ich einen erschossen? Habe ich einen abgeknallt? Nein. Ich hoffe nicht. Ich muss die Waffe zerlegen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Macht das lauter? Nein. Irgendwie sieht es so aus. Aber ich bin nicht sicher. Irgendwo auf das Dach. Sie sehen nicht so aus. Das ist nichts. Ich hoffe mal, die haben meine Schüsse nicht gehört. Da vorne. Jetzt muss ich mich mit dem Sniper ab. Hier oben muss ich auf dem Fels. Ich weiß nicht, ob es mehrere Stellen gibt. Wenn du hier hin kommst. Hier ist er drin. Das heisst manchmal ja hier in den Felsen. Ops, auch noch Leute versteckt. Hier ist auch ein Sniperpunkt. Hier ist auch ein Sniperpunkt. Aber wir kommen ja auf das Dach. Über das Seil hier. Aha. Das sieht nach einem coolen Punkt aus. Ein bisschen näher ist es. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Seil genau ist. Oder ist es nur noch mal das Fluchtsail. John, denk daran die abgestürzte Drohne zu suchen. Ich habe dir ihren letzten Standort geschickt. Ihr GPS funktioniert noch. Besorge die Daten bevor jemand anderes es tut. Scheisse. Roger. Ich gehe mit einem Seil dran. Wie kommst du dort auf das Dach auf? Kannst du da kleptern? Ich gehe mal schauen. Schlimmstenfalls muss ich... Ups. Neu anfangen. Ah. Wir kommen durchs Haus. Das heisst, ob wir nehmen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz ungefährlich. Nein! Das ist gut gelaufen. Vorsicht. Jetzt habe ich die bessere Pistole. Eingekauft. Uiuiui, ich bin tot. Ich habe ihn nur schnell probiert, aber dafür bin ich im Moment zu wenig stark. Ich musste wahrscheinlich anschleichen und lautlos ausschalten. Schweriger Punkt. Schwieriger Punkt. Das Ding ist, die könnten dann... Das ist der Chief. Hier ist doch... der Standard. Punkt. Punkt. Ich hätte jetzt einen schon killen können, aber die Gefahr ist, dass er sofort entdeckt wird. Ich muss schnell schauen, mit der Drohne, die der optimal Punkt ist. Ich muss schnell schauen, mit der Drohne, die der optimal Punkt ist. Ich habe ihn gerade gezeigt. Jetzt natürlich nicht mehr... Hier ist einer, der mir zeigt. Nein, das zeigt es auch nicht mehr an. Ich bin ganz sicher, ob ich weiter hoch soll. Ob es hier gut ist... nicht so tief schiessen kann. Finde ich auch nicht. Auf dem Sniper Punkt kannst du ganz einfach das 3-Bene aufstellen, ob es hier hinten ist. Warum es mir der nicht mehr angezeigt. Jetzt kann ich etwas von hier aus schiessen. Ich markiere noch schnell. Ich sehe einen Cross-Chef. Ziel bestätigt. Das ist er. Finde einen guten Platz und schalte ihn aus. Das ist so schwer, oder? Ja, nicht schlecht. Ich will jetzt 3-Bene von selber aufstellen, das ist ein schlechtes Zeichen. Nein! Ich habe noch etwas Mühe mit den Knöpfen. Ähm, das 3-Bene ist gesucht. Da steht es hier nicht auf. Das 3-Bene wäre super. Jetzt ist es gut. Ah, jetzt kann ich natürlich die jensten Jungs. 120 Meter. Und mit meinem, wo ist das? Yes. Kamerad getroffen! Oh shit! Schützen ausmachen! Da kommen wir, da kommen wir, da kommen wir, da kommen wir. Da kommen wir, da kommen wir. Das war auch nichts. Ich glaube, hier oben hätte ich so etwas näher gewesen. Zu, nahe. Die kommen hoch. Die kommen hoch. Verstecken wir mal. Sie sind ja alle da. Ich warte kurz. Ich glaube, die gehen in Deckung. Das ist ein Scharfschutz aktiv. Die blieb. Die blieb jetzt hier. Ich kann ihn nicht sehen. Das ist ein Scharfschutz. Ui. Sei vorsichtig. Leib in Deckung. Ui. Das ist nicht gut. Ich könnte den gehen, aber... Dann heisse ich mich wahrscheinlich. Die gehen, die gehen. Sehr geil. Drei sind noch. Drei sind noch. Zwei sind ja mittelbar vor mir. Hier. Das Ziel ist ausgeschaltet. Der geht wahrscheinlich auch gerade hin. Sie sind sehr nahe hier. Wenn ich hier schieße, können sie nicht... Uuuu. Das ist immer noch unmittelbar hier neben dem Felsen. Und hier genau unten dran, wo sie auch rein sind. So. Sie sind gerade zurückgekommen. Ich bin hier nicht... Ich bin hier nicht hochgedrückt. So. Die Scharfschützen sind hier ausgeschaltet werden. So. Uuuu. Achtung. Der Nächste, der... ...alarmiert wird. Und ich kann nicht so tief schiessen. Ich glaube, jetzt kommen sie hierher. Ich muss wahrscheinlich an einem anderen Ort. Ziele aus dem Auge verloren. Er ist irgendwo. Entdeckung. Das ist scheisse. Da hinten ist noch ein Anführer mit einem Stern. Oh, den kann ich nicht mehr hören. Das Nächste, was ich immer mache, dass ich länger Atem habe. Die ist aber noch unmittelbar rein rum. Wo ist der? Sei vorsichtig! Bleib in Deckung! Direkt, direkt hier. Entdeckung! Ist das der, der blinkt? Der scharfschütze hier oben gekommen? Oh! 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 Scheisse! Jetzt hat er freien... ...freien Schuss. Oh! Oh! Das hat jetzt niemand gesehen da hinten. Oh! Entdeckung! Was? Das habe ich auch gesehen? Nein! Mann! Er ist einfach verschwunden! Pain! Da hinten ist ja auch noch einer allein. Ich würde einen Scharfschützer genommen sein, wenn ich ihn ausknенерieren könnte. Was ist das Problem? Die stehen gleich zusammen. Und hier ist auch immer noch einer. Den holen wir. So. Oh, das haben wir aber gesehen. Ich muss ja schauen, dass sie möglichst schnell viele Leute verlieren, bevor sie bei mir sind. Der Schaldämpfer ist ja fast down. So sollte man sie ja nicht spielen wie ich. Aber ich bin nicht so der Schleicher. Da muss einer hier hinten irgendwo sein. Auf dem Dach. Wir brauchen Unterstützung. Scheisse. Wir bleiben alle in Deckung. Goddammit. Du da. Alles okay bei dir? Das ist ein Scharfschütze. Aber wo ist er denn? Nein. Das ist immer mehr. Ich gehe ganz über. Geduckt kann er einfach nicht. Ich gehe ganz über. Kann jemand ihn sehen? Nein. Die ganze Hände. Ich gehe ganz über. Das ist noch ein scheiss Baum davor. Das ist so knapp. Verdammte Axt. Genau hinter dem Baum. Und ich gehe ganz über. Ich gehe ganz über. Und ich gehe ganz über, was ich gerne auskommt. Irgendwo ist er, ja. Sie würden mal den Toten nachgehen. Die Fritsche auch nicht, diese perfekte Deckung. Der macht mir Sorgen hinten im Gebäude. Ups, da sieht mich jemand. Meldet, was ihr gefunden habt. Wir brauchen Unterstützung! Was ist jetzt von Ivan Khrushchev? Da habe ich doch ausgeschaut. Oh, warte, 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 warte. Er kommt aus der Deckung. Ivan Khrushchev. Ist nicht das. Falsch. Feind muss in der Nähe sein. Begrenzungabzug. Das wäre nicht gewesen. Scheisse, jetzt... Secken sie rum wie wild. Ich habe mal für Ablenkung gesorgt. Sieh nach was los ist. Jetzt kommt er. Und schon ist er da. Wo ist der? Melden! Keiner meldet sich. Das ist ein Randoefel. So recht schnell. Mann, er ist einfach verschwunden! Geht von unten halten! Gute Arbeit. Mission abgeschlossen. Hey, was? Jetzt bin ich schon raus und habe die optionalen Ziele nicht gemacht. Hey, ciao. Aber es bleibt so gut dafür. Danke. Oder so. Ja. Alles okay bei ihm? Wenn wir aber nicht sicher, ob sie das sagen können. JSOG hat Unterhaltungen über dich gehört. Du erarbeitest dir einen ordentlichen Ruf. Wir konnten eine Unterhaltung entnehmen, dass es ein Satellitenkommunikationsgebäude in den Bergen gibt. Herrje, wenn wir uns da reinhacken könnten, hätten wir die Separatisten im Griff. Ganz genau, Marie. Und JSOG kriegt ihre Informationen. Warte auf weiteres. Ende. Ja, ja, ja. Wo ist er? Was ist er noch rum? Oh, ich suche. Ah, ich wollte die Drohne noch bergen, aber ich bin irgendwie aus dem Missionsgebiet rausgelaufen. Wo ist der Gegner? Das müssen neue Truppen sein, welche sie nachkommen können. Die sitzen jetzt nicht in meinem Rücken. Okay. Okay. Keine Ahnung, ich komme da. Auf Defensivposition bleiben! Was ist das? Wo sind die? In den Häusern, ja? Die sind wahrscheinlich dasselbe. Die sind irgendwo in den Häusern. Weibchen. Ziel aus dem Auge verloren! Der ist irgendwo! Ich habe noch ein paar Schussdosen. Ich brauche eine Waffe im Schalldämpfer. Das Riesenlöchchen. Jetzt noch den Scharfschützen. Er hätte vom Dach aus gut gehen können. Wahrscheinlich muss er jetzt aufs Dach. Vielleicht verrutsche ich hier auf unten. Schützen ausmachen. Ja fast. Ich habe jetzt 37 Meter. Ich bin ausser der Puste. Eine ganz freie Sicht. So. 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 Ich komm schon auf das Dach hoch. Ich komm schon auf das Dach hoch. Ich komm schon ins... Es fühlt sich langsam so, als wären wirklich alle weg. Ich komm schon nicht hoch. Ich muss weiter hoch gehen. Oder muss ich mich hier dran hängen? Ich weiß nicht, ob ich die Drohne immer noch bergen könnte. Aber ich weiss gar nicht, wo die Drohne ist. Aber es hat noch ein Fragezeichen. Also gibt es hier noch versteckte Sachen. Hier schauen wir schnell. Es ist nicht einfach zu finden. Es ist meistens so klein. Und das zeigt. Die geht komischerweise nicht auf. Oder sind die Sch diseases. Oder sind die Schmutzung. Ich bin schon hier. Es gibt einen Schmutzung. Es gibt einen Schmutzung. Es gibt einen Schmutzung. Das Hehl habe ich wahrscheinlich auch nicht dran. Nein, das ist ein Blitzablater. Ich habe jede Menge Plunder nicht gefunden. Wo ich hier in jedem Raum drin bin. Sammelobjekt. Interessenspunkt. Ja, da muss irgendwo noch ein wertvolles Relikt. Aber ich kann es leider nicht markieren. 20 Meter runter. Da gehen wir raus. Es ist wieder oben, aber... Ich kann nicht mehr durchklettern. Bin ich hochgeklettert? Das ist ein bisschen umständlich mit dem Klettern. Auf diesem Stock müsste es irgendwo liegen. Es kann sein, dass man irgendwo draussen durchklettern muss. Auf einem Balkon oder so. In der Hoffnung kann man das Ding einsetzen. Das zeigt es mir irgendwo an. Sehr geil. Das ist wahrscheinlich ein Punkt zum Verstecken hier. Ja. Sicher lebend verschlossen. Ja. Mal schauen, ob man die Handelswaren verkaufen kann. Ich weiß nicht, ob ich das in den gleichen Kästen machen kann. Ob es hier einen Verkaufen-Button gibt. Okay, okay. Ich brauche wieder eine neue Schussweste. Die Handelswaren sind automatisch zu Geld umgesetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt haben wir die meisten geplündert. die Handelswaren. Hier ist noch Diamante. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen... Ich geh mal nicht. Romantisch. Aber wo ist das jemand? Hier. Ein bisschen Ansehinweis. Handelswaren. Schau mal. Das ist hier oben. Irgendwie hoch. Jetzt schauen wir hier. Dass wir einen von hinten abballern. Kurz vor Ende. Hier draußen kann ich auch klettern. Das ist irgendwie über den Balkan. Ich weiss nicht. Welche habe ich? Ich komme nicht mehr auf die Pistole. Es gehen nur hin und her, wenn ich zweimal sehe. Jetzt sehe ich, was ich für eine Pistole habe. Jetzt legen wir die Pistole. Es ist 98, aber ohne Schaldämpfer. Das ist auch wieder die Frage. Wenn man nicht weiss, was für eine Waffe du tust. Es funktioniert immer so mit dem Waffenwechsel. Ich habe die Waffenwechsel. Ich habe die Werte nicht. Sonst zerlegen wir sie. Kaufen wir das Zeug, das ich brauche. Wo ist das Teil? Ich bin genau am richtigen Ort. Wo ist das oben? Das ist eine Markierung. Das Gefühl, ich bin genau richtig. Ich bin genau riesig. Ich habe aber auch noch nicht in der Waffe. Ich habe den Weg gewonnen. Ich schätze es nur noch nicht. Ich habe noch nicht geäxt. So, wir holen es. Schauen wir, hier nicht mehr geht es. Hier gibt es keine Säle, die wir brauchen können. Nein. Hier ist es noch ein Tier. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug noch hier ist. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug noch hier ist. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug noch hier ist. Leider kann ich unterwegs nichts bauen. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug noch hier ist. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug noch hier ist. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug noch hier ist. Ich hoffe, dass mein Fahrzeug noch hier ist.